Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die zukünftigen Titanen. Wir haben aktuell den zwölften Titanen am Laufen. Das ist die Sui Tunuptu, falls ihr noch nicht besiegt habt. Ich habe ein paar Geiz-Hockela, wie man ihn solo besiegen kann. Es werden, oder besser gesagt, es gibt 18 Typen. Bis jetzt war jeder Titan immer ein anderer Pokémon-Typ. Also Feuer, Pflanze, BTC. Das heißt, wir sind aktuell beim zwölften angekommen und es gibt, nee 14, schon 14 angekommen. Und es gibt insgesamt 18 Pokémon-Typen. Das heißt, wenn wir das so durchgehen, fehlen noch vier Typen. Und vier könnten rein theoretisch noch bis zum zweiten DLC, ja, wird ein bisschen eng, aber zumindest über den ersten Release vom zweiten DLC hinausgehen. Wir haben jetzt noch ungefähr knapp ein bisschen mehr als vier Wochen. Wenn immer ein Titan zwei Wochen da ist, dann würden rein theoretisch bis Janoba ungefähr die Titanen dann durch sein, wenn sie das wollten. Und ja, es fehlt noch Unlicht, Stahl, Boden und Elektro. Und wenn wir uns mal ganz kurz angucken, ich habe jetzt mal hier so Photoshop, ganz billig, skinmäßig mal ein Bild rausguckt, wo man mal die Starter-Pokémon sieht. Klar, das sind jetzt keine 14 Titanen, also keine 14, weil wir natürlich Hisui-Tonupto hatten. Wir hatten Hisui-Silvaro, das war eine Alternativform. Wir hatten Mewtwo, was kein Starter ist. Und wir hatten auch zum Beispiel Pikachu, was kein Starter ist. Also das heißt, es waren auch schon Pokémon hier dabei, die im Endeffekt nicht, ja, ein Starter-Pokémon sind. Und ich möchte mit euch gerne in diesem Video die letzten vier Typen mal durchgehen, welche Pokémon es sein könnten, wenn wir uns auf Starter beziehen. Weil es kann ja nicht jedes Pokémon sein. Wir können nicht zum Beispiel sagen, wir wollen einen Turtor-Terra-Typ Elektro bekommen, weil das Pokémon muss ja eine Attacke aus diesem Typen besitzen. Und Turtor kann zum Beispiel keine Elektro-Attacke. So. Wir sehen, mittlerweile haben sie teilweise auch kleine Gruppierungen vollgemacht. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt, jetzt können wir schon mal von ausgehen, wir haben Hisui-Silvaro jetzt gehabt. Jetzt haben wir Hisui-Tonupto. Und als nächstes würde dann Hisui-Admurai fehlen. Und da können wir schon sehr stark von ausgehen, dass das passieren wird. Hisui-Admurai hat eine sehr gute Chance, als nächstes zu kommen. Werden wir uns mal ganz kurz angucken. Admurai wäre vom Typ Wasser-Unlicht. Werden wir uns nämlich die anderen angucken, dann sehen wir da jetzt ein Muster, was schon uns eigentlich den nächsten Terra-Raid theoretisch den spoilert. Hisui-Tonupto ist Feuergeist. Er war aktuell im Feuer-Raid. Wir hatten davor Hisui-Silvaro. Der war Pflanze-Kampf. Der war im Pflanze-Terra-Raid. Und Admurai ist Wasser-Unlicht. Wasser hatten wir schon, aber Unlicht hatten wir noch nicht. Also können wir sehr, sehr, sehr stark davon ausgehen, dass der nächste Raid, der kommen wird, ein Hisui-Admurai im Terra-Typ Unlicht sein wird. Und damit hätten wir schon mal einer der vier eigentlich relativ schon mal bestätigt. Also könnten wir sagen, okay, das wäre schon mal der nächste. Also Hisui-Admurai. Dann bleiben aber noch drei Typen übrig. Wir haben dann nämlich noch Boden, Elektro und Stahl. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was sie vorhaben. Wollen sie noch eine Runde, also einen Starter-Block fertig machen? Ich meine damit, wir haben zum Beispiel Clurac aus der ersten Gen. Aber Bisa-Floor und Turtok würden noch fehlen. Beide würden rein theoretisch gehen. Wenn wir uns mal zum Beispiel den Stahl-Terra-Typen angucken. Turtok hat Stahl-Attacken. Also man könnte ihn sogar mit Stahl spielen. Weil wenn wir nämlich uns mal angucken, Turtok ist nämlich ein Wasser-Pokémon zwar. Aber wir sehen, dass Turtok sogar durch die Entwicklung Lichtkanone erlernt. Wir haben Eisenabwehr, gut, das ist halt so ein Sir. Aber Lichtkanone ist halt auch sein Entwicklungs-Move. Also dass er im Endeffekt damit gespielt werden könnte. Wir hätten auch Gyrobal, Eisenschweif. Also wir haben hier sehr, sehr viele Eisen-Attacken. Es wäre bei Turtok möglich, dass er Terra-Typ Stahl werden kann. Und damit einer der ersten, weit aus der ersten Generation werden könnte. Aber wir haben auch für den Stahl-Typen noch weitere drei Pokémon, die in Frage kommen. Zum Beispiel, was viele vermuten ist, dass sie jetzt die Generation 4-Starter nehmen. Und das wäre dann Shell-Terra zum Beispiel. Shell-Terra könnte man in Stahl spielen. Oder halt Empoleon. Obwohl ich da eher, wenn man Generation 4 nimmt, sehe ich dann eher irgendwo eher Empoleon. Weil Empoleon würde man auch als Stahl-Pokémon spielen können. Das heißt, es wäre ein Pokémon aus Generation 4. Empoleon. Was sogar selber den Stahl-Typen als Pokémon selbst hat. Am Anfang war das ja so, dass sie das bei Titanen nicht gemacht haben. Dass Titanen niemals ihren eigenen Typen hatten. Aber jetzt bei den letzten drei haben wir es ja gesehen, dass das mit reinkam. Also Empoleon wäre Reintuch auch eine Möglichkeit, wenn sie wirklich hingehen und sagen, sie wollen die Sinnoh-Starter anfangen. Was aber auch noch funktionieren könnte, ist Sumpex. Wenn sie die Generation 3-Starter wählen wollen. Die hätten also auch noch Sumpex mit in der Wahl. Als Stahl-Pokémon. Was auch gehen würde, rein theoretisch. Dass man sagt, okay, man startet die... Man macht entweder mit Turtok Generation 1 weiter Empoleon oder Sumpex. Wenn ich, ganz ehrlich, wenn ich hingehen würde und würde sagen, ich müsste das Ganze predikten, was sie machen würden, würde ich sagen, wir machen mal hier grau für den Terra-Typ Stahl. Glaube ich ehrlich gesagt, dass wir Empoleon bekommen. Upsa, ich finde keinen schönen Kreis gemacht hier. Oder im Endeffekt, ich mache mal mit so Strichen, Turtok, ja. Also Turtok wäre so meine zweite Wahl. Aber ich denke irgendwie, dass wir eher Empoleon kriegen und eventuell machen wir so eine 1 rein und machen wir hier mal eine 2 rein. So, das wäre im Prinzip meine erste Option wäre Empoleon. Meine zweite Option wäre Turtok Sumpex. Glaube ich leider nicht dran, bin ich ganz ehrlich. So, gehen wir den Typen durch, der danach kommen würde. Das wäre dann, oder halt, der auch noch fehlt. Also eine Reihenfolge ist halt jetzt schwer zu sagen, aber es fehlt noch Boden. Boden haben wir dann, wenn es Turtok werden würde, bin ich ganz ehrlich, dann glaube ich, dann kommt Bisaflor. Weil Bisaflor kann man als Boden-Pokémon spielen. Es hat Bodenattacken. Also das wäre rein theoretisch gesehen möglich, dass man sagt, okay, Bisaflor, weil dann hätten wir auch Bisaflor, Turak und Turtok, was eine Reihe abschließen würde. Wenn wir natürlich hingehen und sagen, okay, Sumpex theoretisch gesehen kommen würde, würde auch Logo gehen. Logo hat auch Bodenattacken. Also da hätten wir auch wieder die Option, auf eine Gruppierung abzuschließen, dass man sagt, okay, Sumpex Logo. Ich glaube aber, dass wir eher hier Richtung Shelterra gehen. Weil Shelterra kann man mit Boden spielen. Also wenn wir uns das mal angucken, Shelterra wäre auf jeden Fall, sogar das Terro Terra mit dem Namen drin, würde sich Vortex freuen. Grüße gehen raus. Er wäre auch Pflanze Boden. Da hätten wir wieder die nächste Parallele, wie bei Empolion, dass Empolion ja auch im Endeffekt Wasser, Stahl ist und als Stahl-Pokémon in Frage kommt. Dann hätten wir Shelterra als Pflanze Boden-Pokémon, was dann wiederum als Boden-Pokémon kommen würde. Also auch hier würde ich leider Gottes sagen, dass ich mich eher auf Shelterra als meine, was ich denke, was als erstes passieren wird. Meine Hoffnung liegt aber ein bisschen auf Bisaflor, aber wäre mal eine zweite Wahl. Aber ich glaube eher, dass wir Shelterra mit dem Terra-Typen Boden bekommen. Und dann hätten wir noch eins übrig und das wäre im Endeffekt dann Elektro, weil der fehlt nämlich auch noch. Und Elektro, wenn wir dann soweit sind, würde natürlich auch wiederum in die Richtung passen, dass Panferno eine Elektro-Attacke kann. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, Panferno hat aber nicht den normalen Typen, wie die anderen Pokémon vorher. Ja, aber Panferno ist Feuerkampf, könnte aber wiederum eine Elektro-Attacke lernen. Wo haben wir es? Elektro, Elektro. Hier hat nämlich zum Beispiel Donnerschlag, was gehen würde. Und damit hätten wir dann eigentlich Shelterra, Empoleon und Panferno und hätten damit wieder einen Dreierblock an Startern fertig. Aber hier würde natürlich auch so Pokémon gehen, wie Gewaltro. Gewaltro kann auch zum Beispiel eine Elektro-Attacke oder sogar auch Fuegro. Fuegro wäre auch eine Option, der mit einer Elektro-Attacke gehen würde. Also es muss da nicht zwingend Panfer sein. Hier könnte man dann zum Beispiel sagen, was ich zwar ausschließe, aber auch hier sehen wir Parallelen. Sumpex, Logok und Gewaltro würden auch alle drei funktionieren, wenn man das mal so betrachtet. Hatten wir ja gerade gehabt, Sumpex würde rein theoretisch auf Stahl gehen, Logok auf Boden und Gewaltro auf Elektro. Und so würden wir auch diese drei Prinzip möglicherweise bekommen. Ich denke, dass andere rausfallen. Wir werden wahrscheinlich keinen Megane hier sehen. Wir werden auch wahrscheinlich keinen Imperator sehen, weil die Moveset mäßig nicht passen. Genauso wie auch von dem fremden Schwein. Ich habe gerade den Namen vergessen. Das ist einer der, ich glaube, das ist für mich der uninteressanteste Starter von allen irgendwie. Auf jeden Fall, der würde auch raus sein. Aber wenn ich es ganz doof sagen würde, glaube ich, nicht, dass wir hier hingehen und sehen eher einen Panferno mit dem Terra-Typen Elektro. Und als zweite Option sehe ich hier irgendwo ein klein wenig Gewaltro bin ich ganz ehrlich. Den sehe ich so als zweite Variante. Falls ich mir vorstellen könnte, was passiert. Ich würde irgendwo Gewaltro ein bisschen cooler finden, weil, obwohl, ja es geht. Ich meine, Panferno ist auch ein geiles Pokémon, muss man ganz ehrlich mal sagen. Panferno ist cool. Aber ich würde mal sagen, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich persönlich, wie gesagt, gehe von aus, dass wir Empolion, Shell Terra und Panferno bekommen und halt Hisui Admorai für den Terra-Typen Stahl. Das kann man ja nochmal hier so auch mit einer schwarzen Nummer, äh, Terra-Typen Stahl, dass Hisui Admorai für hier den Unlicht-Typen mit in Frage kommt. So, und dass wir dann sagen können, okay, wir haben im Endeffekt abgedeckt Unlicht, Hisui Admorai, Stahl, Empolion, Boden, Shell Terra und Elektro Panferno. Wie gesagt, zweite Hoffnung wäre halt, dass sie sagen, Turtok auf Stahl, Bisaflor auf Boden und Gewaltro auf Elektro. Ja, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung mal in die Kommentare, was ihr denkt, was in diesen Raids reinkommen wird und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis denne und ciao. Danke fürs Zusehen von Schario. Schreib deine Meinung in der Kommentarsektion. Brauchst du News oder Tipps zu deinem Lieblingsgame? Dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen.